Zu Beginn der Plenarsitzung im April des Südtiroler Landtags haben Landeshauptmann Arno Kompatscher und Gesundheitslandesrat Thomas Wittmann über die Entwicklung der Corona-Pandemie Auskunft gegeben. Die Lage sei stabil und die Zahl der Intensivpatienten sei kontinuierlich gesunken. Es handele sich aber um eine prekäre Stabilität und deshalb seien unmittelbare Öffnungen noch nicht möglich. Da der RT-Wert stabil unter 1 liegt, habe man bei der Regierung den Antrag gestellt, eine Ausnahmeregelung aus der orangen Zone in Anspruch nehmen zu können. Impfungen und Tests bleiben die wichtigsten Mittel im Kampf gegen das Virus, Corona-Hilfen wird es auch in Zukunft geben. Die Abgeordneten haben davor gewarnt, die Stimmung in der Bevölkerung zu polarisieren, sowie das Durcheinander bei den Tests an den italienischen Schulen und die Übermittlung benachteiligender Daten nach Rom gerückt. Der Antrag von Alto Adige Nel Cuore Fratelli d'Italia, Schüler, die den Nasenflügeltest nicht machen, nicht vom Präsenzunterricht auszuschließen, wurde abgelehnt. Das Thema wurde immer wieder diskutiert. Dabei verteidigte die SVP die Verordnung des Landeshauptmanns. Fratelli d'Italia und PD verwiesen hingegen auf die Mängel im italienischen Schulressort. Landesrat Giuliano Vettorato hat von einem Missverständnis gesprochen und erklärt, dass die Tests auch in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb schon im Gange seien. Abgelehnt wurden auch zwei Anträge des Team K, einer Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität betreffend und der andere, die öffentliche Verwaltung neu zu denken. Abgelehnt auch der Antrag der Südtiroler Freiheit, die Unterrichtsstunden mittels Livestream direkt zu übertragen und diesmal mit knapper Mehrheit der Antrag der Grünen für eine psychologische Erste Hilfe und der zum Schutz der Bienen und Insekten. Auch der Antrag von Enzian zur finanziellen Transparenz bei den Projekten des Recovery-Plan und jener der Freiheitlichen, den Strombonus, der durch die heimische Energieproduktion entsteht, an die Haushalte weiterzuleiten, wurden nicht angenommen. Besprochen wurden auch zwei von der Demokratischen Partei Bürgerlisten und den Grünen angebrachte und von der SVP novellierte Anträge. Es geht darum, den Steuersatz auf Hygieneartikel für Frauen zu senken und diese kostenlos den Schulen zur Verfügung zu stellen. Die Abstimmung wurde auf die nächste Sitzung vertagt. Angenommen wurden hingegen drei Anträge der SVP, ein erster zur Gewährung von Ausgleichszahlungen an die Tourismusorganisationen für den Ausfall der Einnahmen durch die Gemeindeaufenthaltsabgabe, ein zweiter Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Grünen Pass zu treffen, der es allen Geimpften, Genesenen und Getesteten ermöglichen soll, wieder zu reisen. Und gemeinsam mit der Demokratischen Partei ein weiterer, der das Parlament und die Regierung auffordert, das Wahlrecht in Italien auf 16 Jahre abzusenken und gleichzeitig die politische Bildung zu fördern.